So muss ich mich ja umgewöhnen, diesmal bin ich ja mal ein Tank. Tank-Kämpfer. Soll ich Schaden machen oder? Komm ich gehe off Tank, versuche ich irgendwie. Mein erstes Item wird damagemäßig sein. Physischer Schaden, physischer Schaden Leben, physischer Schaden Angriffsgeschwindigkeit, physischer Schaden kritische Trefferchance. Also nehmen wir die gleich, physischer Schaden Angriffsgeschwindigkeit, das ist ja ein Kack. Hey doch, vielleicht den Tank nehmen sollen. Egal, dann nehme ich. Ich würde auch schreiben. Mann oh. Physischer Schaden Leben gehe ich erstmal. Warte mal, jetzt habe ich meinen Boost verschwindet. Gehen wir beide rechts? Oh. Geh nicht. Warum splitten die sich alle auf? Du wirst in der Mitte gehen müssen. Ich bin, ich bin Nahkämpfer. Ich soll in der Mitte gegen so einen AP Carry spielen oder was? Ja, lass den Bob da nicht gerecht sein. Hm, was kann ich denn? Zuschlagen und angreifen. Kegelfärmiger Flächenwirkung, die alle feindlichen Einheiten zur Grux zieht und 83.780 physischen Schaden verursacht. Ich kotze an, dass ich mein Ding da verschwindet hab. 83 Komma ist es, glaube ich. Was für ein Boost denn überhaupt? Den Boost? Ich hab grad backgeportet, deswegen musste ich nen Auto-Tick machen, damit ich ne Backport-Animation abbreche. So, seid ihr die selber bitte? Äh, verursacht auch ne physischen Schaden und bewegt an allen Feinden im Umfeld Blutung. R1, oder? Ich mach mir erstmal ein. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin voll scheiße gegen so nen Nahkämpfer zu spielen, Alter. Also gegen so nen Fernkämpfer. Boah! Piss dich. Biss wieder homo. Boah, der ein scheiß Viech mit Raketenwerfern. Kann ich die nochmal auslösen, die Attacke? Ich kapiere die gar nicht ganz. Welche Attacke? Ich hab so einen Stun. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber meine hat voll die Reichweite. Auf jeden Fall nachher Mana-Trank. Aufladung, Stürme. Nach vorne stürmen. Ich muss nämlich in den Nahkampf zu ihm kommen können. Boah! Der Schaden, Alter. Bei der Erde, ich. Ich versuche mal die Mitte zu ganken. Mit Kreis, Kreis, Sprint. Die Perle, die ich hab, ne? Ja. Die hat ein unnormaler Angriff. Der Auto zergreift, Alter. Ich würd gern mal ne R1 ausprobieren, aber ich weiß, wie die funktioniert. Okay, nicht geschafft. Der Mitteltyp hat nicht auf mich aufgepasst, wenn ich... Watt'n Noob-Gank, Alter. Watt'n Hobobob. Keine Ahnung, hat der... Problem. Braucht schon ne Macht mehr? Ne, ne? Keine Macht mehr. Nö, kann gar nichts machen. Ich hätt'n Tank nehmen sollen, jetzt bin ich Angriffsschaden-Typ, das macht keinen Sinn. Boah, Mann, ich find' er reich weiter, Arz. Ich find' er voll fasziniert von. DORALS GESTAND! Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der ohne Pots startet. Ich mach's ja gar nicht so gepusht, die Arme. Nein! Er entkommt mit dein 5. Okay, er hat die noch getötet, dann ist alles gut. Ich dachte schon. Auflagen, ich schwimme meine Einheit nach vorne. Guck mal 4. Wo bist du denn jetzt? Bis jetzt mittleren oder bis jetzt rechts? Ich bin rechts. Ich bin rechts. Hab eine! YOLO! Aber dafür fast tot. Boah, die find' ich ja mega strong, die ich hab' alter. Ich glaub' der Last Hit bringt mehr Punkte, ne? Jetzt kann ich wieder Aufladung, Stimme, einen nach vorne. Ich mach' mal den Kegelschlag. So, jetzt kommt niemand und greift mich an. So. Ne, ich hab' drei Punkte. Dafür, was macht das denn Aufwertung? Ne, jetzt hab' ich keine Lust auf Leben. Jetzt will ich mal ein bisschen Schaden hier. Im physischen Schaden kriege ich eine Trefferchance. Physische Schaden. Physische Schaden, Angriffsgeschwindigkeit. Im physischen Schaden, Trefferchance. Ich muss halt irgendwie mal gucken, ob ich das einstellen kann später. Dass ich seh', wie viel Mana meine Fähigkeit braucht. Ey, zwei gedrückt lassen. Und dann siehst du Mana Kosten. Aufladung, Mana kostet 5,50. Aber manchen fehlt das, weil das zu weit nach rechts ist. Zum Beispiel bei Zuschlag. Bei mir steht Mana kostet. Hier. Und dann ist's schon... Dann hört's auf. Bei Dreieck auch. Wir pushen die richtig aus, alter. Bis die gleich beide mit ner Ulti-Combo machen und dann wird tot. Du hast beide, die auf der Lane sind schon mal gespielt. Das können die als Ulti. Die beiden Carries, die du bisher gespielt hast. Boah. Gute Frage. Hm. Welchen... Warte beide auf der Lane? Ja, beide als Gegner. Welcher die Carries sind das? Die Fein- und Bogenperle und damit in zwei Pistolen der Dante oder... Ja, der mit dem... Der mit den beiden Pistolen. Der mit den zwei Pistolen, der verwandelt seine Arme in so zwei Megapistolen und seine nächsten Auto-Attacks. Haben Flächenschaden und sind mega krass, du kannst dir das vorstellen. Und der andere, welcher Zweiter? Der hat einmal diesen fetten Soldaten da. Den, den man auf AP bekommen. Ah, okay. Der hat die Lux-Ult, du kannst dir vorstellen. Analog, Solche? Ja. Also, der zieht in eine Richtung, kommt erst so ein roter Strich, dass man weiß, da schießt er gleich hin. Lädt sich kurz auf. Und dann klatscht da alles weg. Dann kommt da so ein Laser durch, da durch alles durchgeht und viel Damage macht. Logo, als Nahkämpfer und ich komme auf die Lane, rasche rein, kämpf gegen alle, hab wenig Leben, geh wieder weg, komm wieder her. Aufrasche rein, kämpf gegen alle, rein wieder weg. So läuft das? ja was soll ich sonst machen als nahekämpfer kann ich viel jetzt trank das glaube ich mir glaube ich leben ich brauche mal neben mal schüssel des fürs da was brauche ich eigentlich nicht aber ist das schlüsse ich wollte doch ich habe mich getroffen ich finde es einfach mal schon wieder selbe scheiß alter rein so viel schaden auch wieder ab jetzt aber ein bisschen auf der lane habe keinen bock mehr ganze wegzulaufen voll kacke ging zwar die kreis alleine hier jetzt muss ich abhauen glaube ich dir das nervig ist die arme sau der ist fast gestorben der typ da wollte mich einer diven kam unter den tower nicht so gut für ihn also kriegt keine erfahrung keine macht ich bin level 5 von 8 und von 6 bis 8 alter aber dafür habe ich ein dingens aufwertung kritische treffer chance unsere lane fehlen ich sollte vielleicht mal ein bisschen ganken gehen aber mit mittel läuft so gut unser mit lena kämpft da gegen zwei alter so und jetzt würde ich gern wissen wie die scheiße hier funktioniert ich muss einfach nur hier stehen bleiben und sammeln jetzt oder was war doch so eingekillt ja ich habe den tower bleibt jetzt habe ich kein leben mehr muss wieder ab ich werde mal meine ruhige eingesetzt ich mache ich noch hier dann weiter aufladung zuschlag angreifen viereck er einzeln doppel schlag ist gelich mal eine ungenutzte machte keine halt trenke und dann kann ich vielleicht ein bisschen länger auf allein bleiben krasser typ so heiltrank links ich glaube ich laufe hier mehr strecke als sonst was oh mein mitspieler läuft bei dem läuft schlechter wut wurde gepasst ich komme bitte überlebe mein schatzi wie laut die animation dahinten habe ich die animation gesehen und wie laut der skill einfach war ich renne jetzt rein und mache die beide fertig alleine solo wir haben noch von len so ein roboter war schon wieder eingegeben alter florian hat feuer gemacht ich habe ein heiltrank jetzt kann ich mich mal heilen aufladung zuschlag angreifen den normalen haken mache ich mal hier boah aber ein heiltrank muss ich auf jeden fall beibehalten das brauche ich als nahkämpfer merke ich schlankstab das ist echt pissa lass mich in ruhe du homo mein gott was ist das denn alter ein gang wir sind so vortritt mann hab ich uns da jetzt eingesperrt wie kann man eigentlich den booster erhalten hätte ich auch gerne eingesperrt selber eingesperrt oder was ach man ey dieser fette der typ mit dem hammer der ist krass wir wurden jetzt einmal gegankt wir sind durch die gegend geflogen ich habe gar nicht gecheckt was passiert ist man du fliegst einfach durch die gegend die ganze zeit hier das ist ein bisschen nervig finde ich so ich will das mal heute an das mal man das auch mal aufwerten das ist ja du wirst jetzt Stockmann auf werden verursacht das ist Ich hab so wenig Banner an, Scheiße. Ob der Sammler jetzt wohl schon geführt ist? Darum kommt hier keine Helfen außer mir. Ich hau jetzt aber ab. Boah, die sind die ganze Zeit im Raumen, Alter. Mal zuschlagen und angreifen. Vier, klar, den nämlich. Und zum Punkte sammeln. Erstmal backgehen. Passiv, drei wieder. Was zum Teufel wagt denn jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das so? Who the fuck? Nicht geschafft. Alles gegeben. was war das denn? was ist das hier? ein ward, ein ward, ok das ist eigentlich auch hier so ein grab wie bei blitzcrank, das wäre auch ziemlich cool ich mach kaum einen schaden, der tut oh, ich glaub hier am besten Teamfight ja, ich komm gleich zum Teamfight wen soll ich denn fokussen von den Gegnern? ähm du hast wie ne ult oh, Tim, du bist so gut getötet okay, du hast so gut Danke.